Die Real Capital Invest AG befindet sich in Sarnen, Kanton Obwalden. Herzlich willkommen bei Real Capital Invest. Schön, dass Sie bei uns sind. Bei der Real Capital Invest AG arbeitet Ihr Vermögen auf sichere und nachhaltige Art, ohne dass Sie sich täglich darum kümmern müssen. Profitieren Sie vom kompetenten Netzwerk und vertrauen Sie auf unsere langjährige Expertise im Immobilienbereich. Wir halten uns eine effiziente, langfristig, ausgereichene Anlagestrategie und investieren ausschliesslich in qualitativ hochständige Immobilien. Ausschlaggebend für uns sind gute, stabile Erträge, unabhängig von der jeweiligen Konjunktur oder der aktuellen Börsenlage. Zugleich legen wir sehr grossen Wert auf erstklassigen langfristigen Erhalt und Wertsteigerung unserer Immobilienanlage. Die Real Capital Invest AG schafft Nachhaltigkeit, Sicherheit und Rendite mit langfristigen Immobilieninvestitionen. Unser ausgewiesenes Spezialistenteam befasst sich mit den Immobilienobjekten, Bauprojekten und Immobilienfinanzierungen. Wir planen, verwirklichen, bauen und verkaufen oder behalten Immobilien, um unsere langfristigen Ziele zu erreichen. Wir haben unsere Zielsetzung im Auge, Wertsteigerung der Anlagen und erzielen einer nachhaltigen Rendite. Die Real Capital Invest AG investiert mit klaren Anlagekonzepten in qualitativ hochstehende Immobilien in wirtschaftlichen Zentren in der Schweiz. Der Schwerpunkt liegt auf Wohnimmobilien und langfristig vermieteten Geschäftshäusern sowie der Erstellung von Neubauten und der Immobilienfinanzierung. Sie sollten ihr Vermögen genießen können, ohne sich darum zu sorgen. Wir unternehmen alles, was der Immobilienmarkt bietet. Sie können sich deshalb am Aktienkapital der Real Capital Invest AG beteiligen. Langfristig sicher und nachhaltig. Wertsteigerung der Anlagen. Ertrag und Dividende. Ein Investment in Aktien der Real Capital Invest AG. Ihrem Vermögen und Ertrag zuliebe. Ein Investment in Aktien der Real Capital Invest AG. EIN NDR 2018 Entsteigerung der Anlagen. Beratsteigerung der Anlagen und Ertragungszüge. Gericht wird an mich, die Betrachter, an uns oder EIN L nominations. Ertrag und Dividende.